Hallo ihr Lieben, ich bin wieder mal in meinem Schulzimmer, in meinem neuen Schulzimmer. Ich bin am streichen, ich zeige es dann in so einem Geschwindigkeitsvideo. Jetzt, wieso mache ich das? Mir ist in erster Linie wichtig, dass sich die Schüler willkommen fühlen und merken, hey, es hat sich was getan, cool, neuer Raum, yeah. Dann können sie auch von meiner Zeit her andersrum denken, weil ich bin von der dritten Klasse der Lehrer, das heisst, sie haben noch ein Jahr mit mir und das könnte schwierig werden. Denn aus diesem Grunde versuche ich so viele Missgeschicke zu vermeiden, wie es nun geht. Zweitens, ich versuche Schule anders zu denken. Ich versuche die Schule so zu denken, dass sie für die Kinder ist. Nicht für den Stoff, nicht für den Lehrplan, sondern für die Kinder, damit die Kinder was lernen können. Und zwar nicht nur Rechnen, Lesen und Schreiben, was essentiell ist, müssen wir nicht diskutieren, aber auch zwischenmenschlich, wie man miteinander redet, was ist No-Go und so weiter. Aus diesem Grunde mache ich beides. Mindset mit Streichen und anderen Stühlen. Wir machen ja dieses Wabenmuster. Solche grossen Waben bauen wir sechs Stück an dieser Wand, damit man sich wirklich auf sich konzentrieren kann. So sieht die Deckel gestrichen aus. Hier muss ich noch, oder mal schauen, vielleicht mache ich es auch nicht. Beides ist möglich. Beides ist möglich. Also, das geht an alle Lehrer da draussen. Hey, seid mutig, seid kreativ, ihr schafft das. Ihr müsst nicht den alten Pfad treten, treten, treten und euch nicht wohlfühlen. Nee, denkt neu, denkt Schule neu. Für die Kids, für die Schüler, für unsere Zukunft. Weil die Kids sind unsere Zukunft. In diesem Sinne, noch schöne Sommerferien. Bye, bye.